Guten Morgen und willkommen zu den ADR Studio News. Auch das geht um ein ganz Rutsch an eine neue Kette für dich. Und eine andere, die ich für Christen auf dem Kliessensdach. Und von heute schon einen ganzen Moment hier aus. Meine Interesse hätte ich sowieso keine Sache. Moment, Monsieur, Monsieur. Du da ist gerade mit dem Kommentar Penisbegräßt. Dreimal nee. Dreimal nee. Geh ihr heim? Könnt ihr euch vielleicht noch ein Froh zum aktuellen Klimawandel beantreffen? Wird das eure Meinung zu der Erderwärmung? Nee? Was ist denn heimlich? Hunde ich euch verpasst oder so? Guck das nicht drüber treu, Chris. Dreimal nee. Nö, also ja, also ist mir egal. Reis ist eine absolut tolle Beilage. Ich kriege definitiv zu wenig zuhörn auf hier. Du, 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 was hast du da treu? Ich kriege dir da gut ja schon treu! Hey, der Pfeiffer. Es schnärende einen Überhol. War sowieso schon lange Zeit, da die zweitklassische Amateure gestoppt geht. Ja, Mann, ich könnte da ran! Halloween! Sarah, ich fühl mir das so, wie du dann so nehmt vom Bild rundherum. Wer ist denn der Privatklon von, den der wollte nach einem Baseballschläger, wo die Pfeiffer sind drunter knabberen? Ja, ich weiß nicht, wer jetzt mit dem Video richtig geht. Ähm... Nope! Auf dem Platz kann ich dir aber noch etwas mal auf der Weg. Du sollst mich wieder verhallen, Physik aus... ...Taxi! 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 ...Machin! ...Taxi! Ich habe schon schon gesehen, beim Bewegung gekommen, das du so stehst, dass es so nähe, ein bestimmter Versuchung ist. Ich leide das STAND eine Bissle Profitern, ihr seid, dass man ein langfristiges Unternehmen funktionieren kann, oder ich noch nicht? Habe ich auch schon ein bisschen über die Wirtschaft, die Situation schauen ... Und ein bisschen darüber nachdenken, auch gleich eine Steuereform und alles. Das kann ich mir vorstellen, dass es sogar einen ... ... E absolute StAND. das den aber kein ob langfristig geguckt, in Zukunft tun. Okay, und was soll dir im Moment zu der politische Umgebung verhandelt gut, dass du so verschwunden für das Basket gespielt kannst, während in Afrika hat keiner Hunger? Wenn wir schon bei dem Thema sind, was hältst du endlich davon, dass Kirschwind das Sex hier und der Ehe nicht gut ist? Was war deine Inspiration für so Schaukeln zu basteln? Also, ich menge mich in alle Göttern als Kant gerne geschaukelt. Etwas ein Kantes Erinnerung für die Mädchenleit. Aber was ist mit Leuten, die an ihrer Kanton kein Schaukel hatte? Die können dazu da noch wohnen, aber auch nicht. Warte, wenn sie sich probieren, druckzusetzen und geht futti. Gebt die mir einen Akkurs, wenn ich nur noch gebt meinem Kameramann so ne soll Dummheit Leitfilme, bis sie sich verstoppen? Ja, kann ruhig machen. Das geht doch schon mal ganz gut aus. Wir müssen uns dann druckfahren, dass ich nicht von ihnen realisieren, dass ein Kamerobstiger hat. Ja, genau. Ja, genau. Das ist einfach relativ blöd, weil ich schon da reinfrohe. Okay, dann. Ja, genau. Warum so sehr? Tisch das war gut an. Wer ist denn der Tanzfond mit der Beliechtung? Ich hab' gesehen, dass ihr dein Gestern ohne Christen macht. Pff, wie christlich. Na ja, guck mal, was bist du da noch hei? Ich hab' gesagt, dass du bei uns zubleib vorni strähnen. Hallo, raus! Raus! Man, dass du wasch könntest, doch ein Bötschel! Komm, 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 komm. Hier, komm, 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 komm. So ist noch ein Wurzscher aus dem Publikum? Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Ich hab's nicht gewonnen. Kauft Klesischer. Du, du, Tere, kauft Klesischer. Ich schauke, ich stelle es nur in den Mikrowellen. Das ist nicht zwangsneid. Ich hab's nicht gewonnen. Das ist nicht revive.